Die Abu Hinnis Die Abu Hinnis ist ein Dorf mit etwa 20.000 Einwohnern in Mittelägypten im Gouvernement Menia zwei Kilometer südlich von Escheich Ibada und vier Kilometer nördlich von die El-Barsha östlich des Nils. Östlich des Dorfes befindet sich mit dem Komariam eine Raststätte der heiligen Familie entlang ihrer Fluchtroute in Ägypten. Hintergrund ähnlich wie die El-Barsha wurde das hiesige Kloster von einem aus der Skettis, war die Annatrun, geflohenen Mönch gegründet. Der Überlieferung nach kam Johannes der Kleine mit seinen Anhängern im Jahr 407 nach der Plünderung seines Klosters durch Beduinen hierher. Die früheste Kirche stammt bereits aus dem 5. Jahrhundert. In den Felshängen östlich des Dorfes im Bereich von der Abu Hinnis und der El-Barsha gibt es Dutzende von Ansiedeleien auf einer Länge von zwei Kilometern, die mit Wandmalereien mit christlichen Motiven enthalten. Hierzu gehört auch eine Kirche, die heute als Höhlenkirche Johannes des Kleinen gilt. Ein weiteres Pilgerziel ist der Komariam, wo sich die Hektoliter-Familie aufgehalten haben soll. Der Hügel befindet sich ca. ein Kilometer östlich vom Dorfzentrum entfernt. Alljährlich strömen zahlreiche Pilger im Januar und Juli nach der Abu Hinnis. Anreise Die Anreise kann mit einem PKW oder Taxi erfolgen. Die Abu Hinnis erreicht man zum einen über der El-Barsha mit einer Autofähre direkt von Malawi aus, Ostufer, Westufer. Die Fähre fährt, wenn sie voll ausgelastet ist, ungefähr im 30-Minuten-Takt. Dies ist die empfehlenswertere Strecke, wenn man mit einem PKW reist. Die scheinbar kürzere Strecke von Scheich-i-Bader im Osten um das Dorf herum vorbei am Dorftier-Sohnbad erweist sich als deutlich schwieriger, weil die Piste teilweise versandet ist und PKWs im Sand stecken bleiben können. Besser scheint hier die Verwendung hochstehender Kleinbusse, Kleintransporter oder? Mobilität Sehenswürdigkeiten Die Hauptsehenswürdigkeit des Dorfes ist die, englisch, Church of John the Short, aus dem 5. Jahrhundert, die sich im Dorfzentrum befindet. Die mit drei Kuppeln versehene Kirche besteht aus einem Vorraum, Natex, im Westen, dem Kirchenschiff und dem zentralen Altarraum und zwei Allerheiligsten, Heikale, im Osten. Das nördlichere ist für die Hektoliter Jungfrau, das südlichere für Johannes den Kleinen bestimmt. Die Allerheiligsten enthalten Ikonen der Hektoliter Jungfrau und von Johannes den Kleinen. Das Kirchenschiff ist in drei Sektionen unterteilt, über denen sich die drei Kuppeln befinden. In der Nähe des nördlichen Heikals befindet sich das Taufbecken, Baptisterium. Der halbrunde Hauptaltarraum, Absis, verfügt über drei Nischen in der Wand. Im nördlichen Allerheiligsten steht ein Alter, der einen Grabstein für eine Febromja aus dem Jahr 750 n. Chr. wiederverwendet. Die Inschrift dieses Grabsteins lautet nach Carl Schmitt, das ganze Leben des Menschen gleicht einem Raucher und alle Sorgen dieses Lebens sind wie ein Schatten, der sich senkt. Alle Werke Gottes sind unerforschlich, und in gerechtem Gericht sind die, welche vor ihm, es c. Gott, sich befinden. In dem nun die Zeit eintraf, dass ich den Körper ablegte, kam über mich seine, des Körpers? Furcht, da ich mich zur Erde gewandt nach Art meiner Eltern. Gedenken nun meiner, der unglücklichen Febronia, möge Gott Erbarmen mit mir haben, die ich entschlief am 27. des Monats Epifie des Jahres 466 ab Diokletian. Im Dorf gibt es zwei weitere koptisch-orthodoxe und zwei evangelische Kirchen. Die sogenannte Höhlenkirche des Hektoliter Johannes des Kleinen aus dem 6. oder 7. Jahrhundert befindet sich im Bereich der Einsiedeleien des Ostgebirges ca. 3 km südöstlich von der Abu Hinnis. Sie enthält bedeutsame, heute aber stark zerstörte Wandmalereien. Zu den Darstellungen gehören der Kindermord in Bethlehem im Beisein des Herodes, die Erscheinung des Engels Gabriel vor Josef, die Flucht der heiligen Familie, die Hochzeit zu Kana und die Auferstehung des Hektoliter Lazarus. Die Kirche ist mit einem Metallgitter verschlossen. Schlüssel gibt es in den Klöstern von der Abu Hinnis und der Elbauscha. Unterkunft Unterkunftsmöglichkeiten bestehen in Elmenia. Weiterhin besteht eine Unterkunftsmöglichkeit im Gästehaus der Kirche des Johannes des Kleinen. Ausflüge der Besuch von der Abu Hinnis lässt sich mit dem von die Elbauscha und Scheich Ibadah verbinden. Ausflüge der Besuch von der Abu Hinnis Ausflüge der Besuch von der Abu Hinnis